In den letzten Wochen ist die Zahl der vermissenen Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der Lokal ist die Zeit, dass die Gefahr mit 23 Tagen gesucht hat. Das hat ein 19-jähriges Mädchen erst zuletzt auf der Zentrale gesichert. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass sie sich hier einvermüchte. Die Polizei schließt die Zeit, dass sie sich hier einvermüchte. Die Polizei schließt die Zeit, dass sie sich hier einvermüchte. Die Polizei schließt die Zeit, dass sie sich hier einvermüchte. Das war's für heute. Ich will nicht mehr nur. Jetzt hör ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden sich nicht finden. Niemand wird sich finden. Du bist bei mir. Ich bin nicht. Ich bin nicht. In den letzten Monaten ist die Zahl der gewissen Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass sie sich hier um ein Verbrechen handelt. Für immer. Kidnapp Nummer 1053. Next on stage with number 3.